Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder bei Jesse und im Hintergrund seht ihr schon den Mönch in der Speed Variante mit dem neuen Set Muster der Gerechtigkeit. Es hat ein bisschen gedauert, aber mit der Community in Kombination und natürlich auch mit diversen anderen haben wir jetzt hier eine Skillung, die kann man sagen, ja, damit könnt ihr euch auf jeden Fall ein paar Keys holen, ein bisschen das ganze Gear vielleicht noch aufwerten, das hier einfach super super schnell ist. Wir haben hier diverse Random Faktoren ausgenommen, weil ihr kennt das vielleicht, wenn ihr die Skillung schon mal gespielt habt, wir spielen hier absichtlich nicht mit der Rune, die den Damage hochstackt und dann teilweise unkontrolliert auslöst, weil es halt hier noch ein bisschen buggy ist. Wir haben uns da für einen anderen Weg entschieden, wir machen wie immer die Items und die Talente und warum wir was genommen haben gegen Ende hin, da geben wir ein bisschen genauer in die Details ein und geben euch auch die Optionen, wo man sagen kann, okay, hier könnt ihr was modifizieren, hier könnt ihr was modifizieren und so weiter. Prinzipiell, wofür ist die Skillung ausgelegt? Die Skillung ist ausgelegt einerseits für 16 Keys Farmen, ihr wisst ja, für die Portale braucht man jede Menge Keys, dann wäre es auch nicht schlecht ein bisschen Gold zu haben und vielleicht ein paar andere Mods oder wie ihr es im Hintergrund seht, einfach vielleicht direkt ein kleiner Goblin Wurf, dann habt ihr nämlich Atem des Todes und, und, und. Eben ein paar Edelsteine, also alles was man so braucht, das heißt also der Fokus der Skillung liegt darin, normale Wurfts und auch Greater Wurfts so bis 70, 80, das hängt dann von eurem Gear ab, in unter 2 Minuten oder besser noch in unter 90 Sekunden zu spielen. Also jede Menge Matz, jede Menge Blutsplitter, darauf ist die Skillung ausgelegt, also wenn ihr damit probiert eine 90er Wurf zu machen, wird das eher nicht funktionieren. Von den Werten her, der Monk ist noch relativ frisch, ihr seht auch von den Damage Zahlen her, wenn alles gesteckt ist, kommen wir auf knapp eine Million, wenn wir in der Stadt stehen, haben wir 500.000 Damage, das liegt einfach an den sehr schlecht gerollten Waffen. Ich denke mal, die meisten von euch, die sind da sicherlich schon drüber, was so die Zahlenwerte angeht, der enorme Zähigkeitswert resultiert eben aus dem Gürtel inklusive des Goldgames. Ihr kennt ja wohl, das wird in Quar 16 gerne gemacht, dass man hier den Goldgürtel Goldgames nimmt, weil dann habt ihr eben, wenn hier laufen Gegner sterben, droppen die laufen Gold und dann hat man hier mehr oder weniger, ist man unverwundbar, weil ihr seht ja vom Leben her, beziehungsweise von der Zähigkeit her, das skaliert ja in dem Milliardenbereich hoch. Da könnt ihr dann anschließend auch überall drin stehen bleiben, wie es euch gefällt. Von der Spielweise her, es ist eine sehr, sehr einfache Skillung, das kann garantiert jeder spielen, ihr müsst so ein paar Tasten drücken und damit ist die Sache schon erledigt. Also die Buffs und die Sachen, die sich auslösen, das passiert alles automatisch, also ihr müsst wirklich nur darauf achten, dass ihr hier halt wirbelt und hin und wieder drückt ihr euer Mantra, damit das aktiv ist und natürlich die Offenbarung, damit hier die Zähigkeit noch dazukommt und das Ganze aktiv ist und dann habt ihr die Skillung schon zu 90% im Griff. Ja Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Talente, bevor wir auf die Items gehen und diverse Modifikationen ankündigen, beziehungsweise wie wir das Ganze machen, was euch als erster offenfallen wird, wir spielen Gewitterfreund mit elektrischer Spannung und nicht mit der Kälterune, welche den Damage kanalisiert. Warum das Ganze? Das ist hier ein Speed Build und das ist teilweise ja auch, kennt ihr das, ihr habt so 100 Stacks, da macht ihr irgendeinen Schritt hin oder sonstiges und dann wird das unkontrolliert ausgelöst. Also wenn es sich vermeiden lässt, vor allem in den Speed Varianten, dann spielen wir das Ganze ohne den, außerdem haben wir zusätzlich nochmal eine wesentlich bessere Reichweite. Und erst weiterer nutzen wir Reißnerwind mit Meister des Windes und auch den Zyklonschlag mit Windwahl. Wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, warum den Zyklonschlag und so weiter, wir nutzen von den Items her, wir haben eine One Kim Lau, die solltet ihr sowieso angelegt haben und Treffer mit der Gewitterfront aktivieren automatisch Zyklonschlag mit den beiden Fehlfähigkeiten verursachten mehr Schaden. Im Endeffekt für uns bedeutet das, ihr wisst ja, wenn wir das Talent nicht ausgerüstet haben, kriegt es keine Rune, so wird es automatisch aktiviert, erhält die Rune Windwahl, was dazu führt, dass die Gegner automatisch eingefroren werden, beziehungsweise bedäubt werden, das heißt also, die Armschienen lösen sich selbst aus, weil geblendete, eingefrorene oder bedäubte Gegner erleiden hier 700% mehr Schaden, das Ganze geht auf 800% hoch, also für uns bedeutet das, die Waffe mit dem Talent in Kombination mit dem Zyklonschlag bedäubt uns die Gegner, löst unsere Armschienen aus, wir müssen nichts blenden, wir müssen uns um nichts kümmern, wird alles automatisch gemacht. Zusätzlich haben wir hier noch den unerbitterlichen Angriff als passive Fückgegner, die geblendet, eingefroren oder betäubt sind, 20% mehr Schaden zu, also diese Set-Waffen-Kombi in Kombination mit den Talenten ist einfach ein selbstauslösendes Zeug, was im Hintergrund mitläuft und deswegen hier nochmal ordentlich viel Damage bringt. Der reißende Wind selbst auch nochmal, können Gegner eingefroren werden, es ist auch hier wieder so, wenn ihr durch die Gegner durchlauft, ist das selbst aktivierend. Das heißt, das Einzige, was wir hier hin und wieder drücken müssen, ist natürlich unsere Offenbarung mit dem Wüstenschleier, dann natürlich unseren rasenden Angriff mit dem Weg des fallenden Sterns für Movementspeed und um über uns, über Hindernisse hinweg zu borten, heute habe ich es aber mit den Wörtern, um uns über Hindernisse hinweg zu borten und dadurch, dass wir ja keinen Kanalisierungsschaden abbrechen, ist das natürlich ganz gut. Mantra der Überzeugung mit Vernichtung, das solltet ihr auch mehr oder weniger immer auf cool, down, spammen, sollte sich auch mit den Ressourcen und so weiter ausgehen. Wir haben das weiteren Fanal aktiv, wir haben Leichtfüßigkeit aktiv, alles auf Movementspeed und wir haben hier noch den Schwung aktiv, um das Ganze hier noch etwas abzurunden. Und wenn wir uns borten, Schaden nochmal zu optimieren, es wäre hier natürlich die Möglichkeit, vielleicht statt Schwung noch Nahtod-Erfahrung mit reinzunehmen, um hier ein bisschen, vor allem wenn ihr das im Hardcore spielt, ich werde die Skillung auch im Hardcore spielen, dann solltet ihr auf jeden Fall ein NAB-Talent mitnehmen, nach dem Motto, sicher ist sicher. Also ganz kurz nochmal, wir kanalisieren das, wir fahren hier durch die Gegner, es löst sich alles von selbst aus, das ist ganz wichtig, da hier die Kombination so folgt. Also wir brauchen den Gleichgewichtsstab in Kanais Würfel, von den Waffen her, wie schon gesagt, auf jeden Fall eine Wong Kim Lau, eine etwas bessere Geräute als meine, also wir haben hier noch nichts Wiewold und so weiter, wir sind auch nur bei 500.000 Schaden, und das, obwohl wir Paragon-Punkte drin haben, eine ganz schlecht gerollte, schallende Wut, welche noch natürlich damit sorgt, dass wir einerseits Attack-Speed, Movement-Speed und der Ring wird auch noch zusätzlich damit geprockt. Also ihr kennt das vielleicht vom Bibelwind-Barb, der löst sich in der Speed-Variante den Ring immer selbst aus, hier haben wir die Option noch eine schallende Wut mitzunehmen und dann damit das Ganze auszulösen. Dann haben wir eine Armschiene in der Nemesis drin, für mehr Liter-Packs und Band der Habgier. Jetzt kommt schon die erste Anpassung, man könnte natürlich auch folgendes machen, ihr könntet die Nemesis-Armschienen anlegen und dafür die andenkenden Armschienen cuben, damit ihr einfach den Affix mit 800% Damage habt, also 100% mehr Schaden. Diese Option würde es natürlich auch geben, ich wollte es euch hier nochmal gezeigt haben, also angelegt wird das, was besser gerollt ist. In des Weiteren wird es die Option geben, unseren Verderben der Gefangenen hier als Beispiel oder dem Verderben der Mächtigen gegen den Lichtkranz auszutauschen. Der reicht auf Stufe 25, da geht es nur um Speed, also wenn ihr genügend Schaden habt, könnt ihr einen austauschen und nochmal mehr Speed holen. Wir spielen hier mit Gabe des Sammlers, weil einerseits ist es ja eine T16 Speed-Farm-Skillung, kombiniert mit dem Goldträger, welchen wir vom Barbar geklaut haben, sorgt das dafür, dass wir einerseits unverwundbar sind und jede Menge Gold looten. Solltet ihr Greater Wurft spielen, die Skillung geht auch in den Greater Wurft, also ich habe es mal so zwischen 70 und 80 geht es noch ganz, dann irgendwann fehlt ein bisschen der Schaden und die Zähigkeit, aber solltet ihr es in den Greater Wurft spielen, gibt es die Option, das mit einer Geisterstunde zu spielen oder aber mit einem Captain-Set. Dann müsst ihr noch zwei Teile craften, Captain-Set und dann braucht ihr hier auf jeden Fall den Prunkring. Also nur zur Erinnerung, damit die Set-Pony aktiv sind, habt ihr die Möglichkeit, die Skillung so zu modifizieren oder so umzubauen, dass ihr eben hier mit den Captains oder eben mit einer Geisterstunde oder aber mit einer Ohrenkette, was halt Zähigkeit gibt. Also sobald ihr in die Greater Wurfts geht, ihr wisst ja, in den Greater Wurfts gibt es kein Gold, deswegen ist auch Gabe des Sammlers und so weiter komplett hinfällig. Dann habt ihr hier einen Open Slot, könnt von mir aus noch den Lichtkranz reinnehmen oder auch irgendwas anderes, was Schaden oder Zähigkeit gibt und dann könnt ihr das Ganze hier wunderbar abrunden und hier nochmal ein bisschen mehr Damage rauszuholen. Was wir hier auf jeden Fall haben ist, wir haben ein volles Set, wir nutzen den gelben Stein im Kopf, also nicht CDR, sondern hier in den gelben, weil der gelbe Stein unsere Ressourcenkosten nochmal mit nach unten drückt. Ganz wichtig, der drückt das nochmal mit nach unten. Des Weiteren nutzen wir natürlich einen Obsidian Ring. Auch der hier, wenn wir Ressourcen ausgeben, sorgt nochmal für CDR und den Vier Ring. Den hatten wir mehr oder weniger eh schon für Movement Speed. Auch hier wieder im Greater Wurft geht das in der Skillung, aber bitte, wenn es höher gehen soll, weil es versuchen dann teilweise die Leute mit den Speed-Skillungen die 100er-Wurfts zu spielen, dafür ist die Skillung nicht ausgelegt. Also ihr sollt hier in 2-Minuten-Tag, besser gesagt, noch unter 2 Minuten durch die Wurfts durch, euch Keys holen oder Gems upen. Dafür ist die Skillung gedacht, dafür ist das Ganze hier ausgelegt und darüber, oder besser gesagt, dafür wird das hier auch gespielt. Also dass hier das ein bisschen mit in den Fokus genommen wird. Wir haben hier Geisterskraft und Bewegungsgeschwindigkeit. Damit der Pool von Geisterskraft ein bisschen höher ist, damit, falls wir mal irgendwo keine Gegner haben, nicht automatisch leer gehen und dann irgendwo sinnlos rumstellen. Wir haben sehr viele Punkte in Vitalität, warum auch immer, das werden wir gleich mal ändern. Ich würde euch raten, hier 1000, ja reicht, also 800.000 Leben muss leicht reichen. Vor allem, wenn ihr da mit E-T16 farmt mit dem Gold, sollte das überhaupt kein Thema sein. Also ihr seht, wir sind nur so bei 7.000 geschickt, deswegen auch der Low-DPS-Wert, also die Waffe, müssen wir uns umrollen. Also idealerweise sollten beide Waffen uralt sein. Dann habt ihr Damage-Technisch schon mal ganz andere Zahlen dastehen. Ansonsten geht es soweit irgendein Duft der Zeit, damit die Schreine länger halten. Auch hier kommt öfter mal die Frage, muss man das unbedingt nehmen? Müssen tut man es nicht. Ihr könnt auch gerne mit einem Helmfeuermulett oder sonstiges spielen, vor allem für das T-16 farmen, weil da ist die Anzahl der Pylone sowieso etwas geringer, als es im Greater Weft ist, weil es gibt ja auf T-16 auch noch normale Schreine. Also hier wäre die Option auch die Halskette gegen irgendwas anderes zu tauschen. Ich hatte es noch rumliegen und deswegen dachte ich mir, ja okay komm, Duft der Zeit war nie ein Fehler, nimmst du auf jeden Fall gerne mit. Ja Freunde, das war es glaube ich soweit. Nochmal ganz wichtig, die Waffe, weil es eben wichtig ist, die Waffe aktiviert Zyklonschlag, Zyklonschlag hat, deswegen haben wir es drin, wir drücken die Taste nicht mit Windwall, damit eben, wenn das über die Waffe aktiviert wird, sind die Gegner gestunnt und wenn die halt gestunnt oder eingefahren sind, machen wir automatisch die 700% mehr Schaden von unseren Armschienen oder 800%. Und für die, die nicht geprockt sind, nicht eingefahren sind und so weiter, haben wir nochmal den reißenden Wind mit Meister der Kälte, um die hier einfach damit einzufrieren. Also es ist egal, wie die Gegner auf Euch zukommen, sie werden nach ganz kurzer Zeit immer eingefahren sein und das heißt also, der Damage-Bonus der Armschienen ist dann mehr oder weniger immer aktiv. Das mit dem Dash, das könnt Ihr Euch überlegen, dass Ihr sagt, ja okay komm, ich möchte das lieber ohne dem spielen und nimm noch ein anderes Mantra mit rein oder so, ist auch kein Thema, könnt Ihr hier gerne weiter modifizieren und das Ganze ein bisschen anpassen. Was Ihr auf jeden Fall noch mitnehmen sollt, ist eben das Mantra der Überzeugung mit Vernichtung, damit hier eben einfach der Damage-Boost inklusive der Geschwindigkeit hier noch mitgenommen wird, weil Speed ist halt einfach entscheidend, wenn man hier das Ganze ein bisschen zügiger farmen möchte. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte es noch Anmerkungen geben, wie gesagt, die Skillungen sind immer open, einfach ab damit in die Kommentare. Wie spielt Ihr das? Für die Leute, die Mönch spielen, habt Ihr noch ein paar gute Tipps für die Community? Ansonsten lasst mir einen Daumen da, wenn es Euch gefallen hat und ich wünsche Euch jetzt wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.